14 Nationen, insgesamt 63 Rider. Jetzt wird es was, denn heute ist alles angerichtet, wir haben es schon erwähnt. Die Bedingungen passen, der Berg ist bereit. Das kann in dieser Sportart so was von schnell gehen. Wenn ich in der Starte versuche ich nicht zu verraten, wenn ich überraschne, dann ich nicht so wie ich jeden Tag schiebe. Und wenn ich es als normaler Schritt sehe, dann ich schiebe wie ich jeden Tag schiebe. Es geht gut. Ich denke, alles andere, aber die Das ist ja unglaublich und dort durch diese Schuhe folgendes Riesenapplaus für Karls Rival! Auf den Tag X haben wir gewartet. Wir warten seit 6. Jänner eigentlich auf diesen Tag X. Und der war heute endlich und Gott sei Dank da und es war für uns eigentlich ein Traumtag. Das sportlichste Skigebiet Silvetta, Montafon und die Heimspitze präsentieren sich in genialer weißer Homemantel. Mälier in bl Sure White & Mälier in bl Keep on Das ist die Überhandung! Ja, das ist die Überhandung! Ja, das ist die Überhandung! This is how you bring me back to life